So, nachdem ich am Morgen um 5 Uhr aufgestanden bin, in Zürich am 6 Uhr ein Pärchen mit drei Hunden abgeholt habe, mit dem Auto in einem Strich hier auf Venedig gefahren bin ich jetzt, unschwer zu erkennen, am Airport angelangt. Mein Plan ist, dass ich jetzt noch eine Schifffahrt machen komme, quer durch Venedig. Und ich schaue mich jetzt einmal am Airport um, erstens, wo ich mir das Gepäck abgeben kann, und zweitens, wo es ein Billet gibt für ein Schiff, das direkt aus dem Flughafen startet und dann Richtung Venedig geht. Ich hoffe, das gelingt alles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Norddeutscher Rundfunk 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Kaffee Untertitelung. BR 2018 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 So, drei, vier Stunden später, bin ich wieder zurück am Airport. Ich habe unterdessen einen tollen Ausflug nach Venedig gemacht, zusammen mit zwei bis drei Millionen Menschen. Das war toll, sich da durch die Gäste zu quatschen. Und mit dem Bootli, der Rio Grande, respektive Kanale Grande, runterzufahren und wieder hochzufahren. Jetzt bin ich wieder am Flughafen, gehe etwas kurz nachts essen, respektive noch zuerst mein Gepäck abholen, dann gehe ich etwas essen und ungefähr um halb acht Uhr kann ich einchecken für den Flug nach Zürich.